Du suchst einen Monitor, der nicht nur gestochen scharf und fahrtverbindlich ist, sondern dir auch gleich noch den Schreibtisch ausleuchtet und das Ganze ebenfalls fahrverbindlich? Dann bist du hier richtig! Wir haben den Fuseonic 2788 5K getestet und verraten dir, was er wirklich kann in unserem Praxistest. Und ich würde sagen, los geht's! Wenn du mit Fotos, Videos oder Druckdaten arbeitest, dann brauchst du vor allem eins und zwar Farben, auf die du dich verlassen kannst und zwar auf jedem Gerät, auf jedem Medium, egal ob eben Smartphone-Display oder Fotoabzug. Und genau da, da kommt der Fuseonic VP 2788 5K ins Spiel. Ein Monitor mit 5K Auflösung, Hardware-Kalibrierung für die Farbe und jede Menge überraschender Funktionen. Das Display, das löst mit 5K auf und zwar bei 27 Zoll Bildschirmdiagonale. Der Standfuß, der ist super stabil und dazu noch sehr flexibel. Man kann auch übrigens, wenn man das möchte, beispielsweise für Coding, den Bildschirm einfach um 90 Grad drehen. Ich mach das jetzt mal einfach. Und zack, kann ich hier ganz komfortabel im Hochformat weiterarbeiten. Der Monitor erkennt es automatisch und jetzt hier in diesem Fall Windows, stellt auch automatisch die Auflösung um. Ich gehe jetzt aber dann doch lieber zurück ins Querformat. Hier unten, da verstecken sich jede Menge Anschlüsse, beispielsweise Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1 und dein Laptop kannst du übrigens auch hier komfortabel laden. Kabelsalat gehört damit der Vergangenheit ein. Zusätzlich wird das Fuseonic Display wirklich zu einem Hub für all deine Geräte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Display in Sachen Farbkalibrierung und Farbtreue so alles drauf hat. Ich habe die Herstellerangaben überprüft. Bei der Farbtreue, da liegt das Display bei einem Delta E von 1 und das ist sogar besser, als das der Hersteller garantiert. Und bei der Farbraumabdeckung, da sind wir uns wieder komplett einig. SRGB 100%, DCI-P3 99% und Adobe RGB 86%. Für Video- und Bildbearbeitung ist das richtig gut. Einzig bei der Helligkeitsverteilung, da zeigt der VP2788 5K zum Rand hin bei unserer Messung einen deutlichen Abfall. In der Praxis würde das nicht auffallen. Allerdings trübt das den ansonsten hervorragenden Gesamteindruck doch ein wenig. Übrigens, gängige Farbmodi, die sind ja bereits schon vorkalibriert. Das bedeutet für dich, dass du sie einfach anwählen und dich drauf verlassen kannst. Für die Farbkalibrierung, da habe ich mir jetzt etwas Verstärkung geholt. Konkret nämlich ein Farbmessgerät. Das ist bei dem Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten. Das heißt, möchte man Hardwarekalibrierung machen auf seine eigenen Profile, auf seine eigenen Wünsche. Dann braucht man eben noch so ein zusätzliches kleines Gerät. Wichtig ist beim Aufsetzen, der Bildschirm muss ein bisschen gekippt werden, dass das Farbmessgerät auch wirklich mit der Oberfläche das Display gut berühren kann und da nichts dazwischen geht. Die Software, mit der das Ganze durchgeführt wird, die liefert ViewSonic gleich mit. Das ist die Collaboration Plus Software und die ist eigentlich selbsterklärend. Der Screen wird in der Regel direkt erkannt, das Farbmessgerät wird erkannt und dann musst du eigentlich nur noch auswählen, welche Farbtemperatur du haben möchtest, welchen Farbraum und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten jetzt hier einfach mal die Kalibrierung mit dem sRGB-Modus und schauen uns das Ganze an, was jetzt dann am Bildschirm abläuft. Das Schöne ist, dass ViewSonic hier eigentlich wunderbar erklärt, wie der ganze Prozess abläuft. Man kann wirklich nichts falsch machen. Was jetzt konkret abgeht, hier laufen verschiedene Farben durch. Das Farbmessgerät, das nimmt diese Werte auf und hat aber im Hinterkopf auch durch die Software gespeichert, wie die Farbe eigentlich wirklich sein sollte. Und anhand dieser Differenzen, also sprich Soll-Ist-Werte, da wird dann ein Profil gerechnet und in den Bildschirm nachher reingeschrieben und das ist eben der Vorteil einer Hardware-Kalibrierung, dass sie nicht eine Software simuliert, sondern die Werte, die werden im Monitor eingestellt und von daher hast du nachher einen super präzise eingestellten Bildschirm. Im Test konnten wir das entsprechend auch bestätigen. Die LED-Leiste hier unten, das ist kein Deko-Gag, sondern echtes Normlicht mit 5000 oder wahlweise auch 6500K. Das ist ideal für farbkritisches Arbeiten. Sprich, du kannst dir deine Ausdrucke, Fotoabzüge oder auch Objekte drunter legen. Du siehst sie absolut farbverbindlich und kannst entsprechend sie am Bildschirm anpassen. Ansonsten, wenn du das nicht brauchst, wird die LED-Leiste zu einer sehr stylischen und blendfreien Schreibtischbeleuchtung. Ein- und ausgeschaltet wird das Licht übrigens über das On-Screen-Display. Einen haptischen Schalter, den vermisse ich hier ehrlich gesagt, denn es ist doch ein bisschen Arbeit, wieso man sich hier durchgekämpft hat, vor allem weil es in einem Untermenüversteck ist. Fuseonic stellt zur Steuerung des Displays auch Software bereit. Mit der einen, da erledigst du am Rechner zentrale Einstellungen, ohne dann eben ins On-Screen-Display zu müssen. Und die andere Software, die ist für Firmware-Updates zuständig. Und natürlich hast du auch hier Zugriff auf die Kalibrierungssoftware. Und sollte es doch mal ins On-Screen-Menü-Display gehen, mit dem kleinen Joystick-Button hier unten geht das wirklich super. Der VP2788 5K von Fuseonic, der bietet 27 Zoll Bildschirmdiagonale, ein mattes, entspiegeltes Display und maximal 5K Auflösung und messerscharfe Darstellung. Mit dabei ist ein schickes Design, das Pufflicht und eine umfassende Hub-Funktion für so ziemlich alle Geräte, die du daran anschließen möchtest. Der Preis, der liegt bei rund 1.239 Euro und damit schon im Premium-Segment. Dafür bekommst du aber auch einen Monitor, der technisch und wirklich im Alltag was hermacht und dem ambitionierten User jede Menge zu bieten hat. Über die kleinen Schwächen, da kann man locker hinwegsehen. Und alles in allem gab es deshalb im Test bei uns auch ein sehr gut für dieses gewählt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, gib einen Daumen hoch und schreib mir in die Kommentare. Konkret habe ich nämlich folgende Frage an dich. Pufflicht, ist das eine geniale Idee oder braucht man das noch eher nicht? Ich freue mich auf die Diskussion mit dir und ich freue mich auch, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen hier im Kanal und bis bald. Mach's gut. Ciao! 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 Vielen Dank.